Let's party Mothemont vs. Wexern Starkwaffe 2 Das ist wahr Das ist wahr Ich weiß gar nicht, ob er lebensmüde ist oder einfach nur verrückt, dass er sich dann wirklich hier traut, gegen mich anzutreten Du wirst jetzt auf jeden Fall gewinnen, auch wenn ich hier der Profi-Gamer bin Ich werde heulend in meiner Ecke liegen, ich sehe das schon kommen Hast du irgendeinen speziellen Wunsch, was für eine Rasse ich nehme? Nö, eigentlich nicht Okay, also ich dachte mir, machen wir die faire Bedingungen oder sowas, aber nö, dann nicht, dann starte ich einfach, ne? Ja, tu das mal Okay Seit wann war denn das heute mal fair? Ah, erinnere mich nicht dran Das macht deine Niederlage nur umso schlimmer Ja Oh Gott, die Steuerung, Hilfe Ja, die Steuerung ist super W-A-S-T schlagen, treten, springen Hört schon What? Ich verwirre dich gerne Äh, ducken ging so Oh mein Gott Oh mein Gott Äh Was denn, hast du Zerg oder was? Jo Und so schlimm ist das doch gar nicht Das sagst du Ja, ich weiß wovon ich rede Zergs sind cool Sind so knuffig Okay bin ich schon tot? ja, ja es könnte besser laufen, aber sonst ja ist okay ich komm mal mit klar ach so? ja und bei dir so? naja, ich gewöhne mich ein wenig dran du gewöhnst dich daran zu verlieren, ja? ja, das außerdem na dann ist ja gut wir brauchen mehr Mineralien interessant das ist noch nicht so weit, okay wie, du bist noch nicht so weit? ich bin nie so weit okay dann mach nur so weiter was? dann mach nur so weiter du bist schon sehen, was du davon hast super man, werd fertig hier ist grad schlecht nicht du ach so sag das doch du, du werd auch fertig mach mich endlich kaputt ne, ich dachte mir heute lass ich ihn mal quälen herzlichen dank bitte schön immer wieder gern hm warum? weil da auch mein Leben für Ayur ähm warum die tun das nicht? das verstehe ich nicht ach so, warte jetzt hab ich's glaube ich glauben ist nicht wissen ich überlege, ich bin hochkonzentriert mhm, ich auch ich mach hunderttausendräufzig Fehler mir geht's grad nicht anders hier na dann doch komm schon wir brauchen mehr Mineralien wir brauchen mehr hiervon wir brauchen mehr davon von was brauchen wir eigentlich nix? oh ne, ist fertig was hab ich jetzt überhaupt hergestellt? keine Ahnung verdammt, was vollkommen falsch ist oh oh nein ähm da ich hab schon verloren das ist gut das freut mich das freut mich echt ungemein hab ich wirklich schon verloren? ne na dann kommt schon, kommt schon, kommt schon muss doch eben mal ein bisschen schneller gehen oh nice da kommen schon die ersten ich hab verloren ich blick bei die Zerg nicht durch das ist gar nicht schlimm das macht meinen Sieg um zu erleichtern hättest ja Protoss nehmen können oder was auch immer womit du besser klarkommst was war denn dein Problem? äh, ja ich seh hier nicht durch bei die Zerg ich will's nicht mal hier wegen Einheiten irgendwie was da schaffen kein Plan das machst du alles über die Drohnen die du da in der Hauptgebäude herstellst du hast das mir bewusst aber ja, ne erfolgreich verloren, ja? ja, ja okay und bei 6 Minuten ja, ist okay hast dich tapfer geschlagen das war gelogen nein, das mach ich wirklich gegen Amiga Link hast du eine Chance na super ja, ich hab von Anfang an schon was Falsches gewonnen ja, ich hab von Anfang an schon was Falsches gewonnen das ist furchtbar das ist so furchtbar das ist so furchtbar ich mag's da einfach du solltest definitiv mehr spielen hey, erfolgreich besiegt hey Gigi 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 naja, nicht ganz so aber hey hättest du mal gesagt dass ich dass ich gewinne hättest du gewonnen ne, ne, ne sicher? ne definitiv nicht okay gut also übst du nochmal? muss ich ja wohl musst du ne also es gibt eine Revanche für dich aber ich glaub's nicht sicher? dass ich gewinne sehr unwahrscheinlich also sehr, sehr unwahrscheinlich also um realist zu bleiben ich auch so, wie komm ich raus? aber an der ne noch äh ist alles möglich ja ne komm ich raus? du kannst da alles raus ja ja, wie komm ich raus? äh äh beenden großes X keine Ahnung ich hab's vergessen wie bandet man ein Spiel? ach, hier oben ne ne verwirrend ne, ich hab voll wild ich auch ach, alte 4 gut ich danke dir dennoch für die Teilnahme an diesen kleinen Let's Battle ja sehr kurz sehr schnell ja also dass ich so einen schnellen Stuck of the Creator das ist auch schon wieder ein paar Tage her aber ja ne man kürzlich ja sonst nichts mhm ne gut wir sehen uns wahrscheinlich in naher Zukunft wieder zu einem grandiosen Let's Battle dann wahrscheinlich wieder mit mehr das was bei dir Starcraft ist ist bei mir Rocket League ja mit dem Unterschied dass ich Starcraft nicht täglich spiele ich würde es gerne täglich spielen so wie du Rocket League irgendwie immer wieder täglich hier so ein, zwei Stündchen spielst nur mir fehlt die Zeit dafür mir fehlt definitiv die Zeit dafür naja aber irgendwann irgendwann kommt es dazu irgendwann ich muss erstmal wieder die Liga da hoch das ist ja ich bin ja immer noch unranked das geht ja gar nicht ich glaube wenn wir Overwatch haben dann können wir uns gegenseitig auch mal über den Haufen ballern oh ja das wird spaßig oh ja aber bis dahin dauert es noch zwei, drei Tage jawohl ne gut dann den Zuschauern vielen Dank fürs Zuschauen schaut auch mal Wechseln vorbei Link in der Videobeschreibung und wir sehen uns in der nächsten Woche zum nächsten Let's Battle macht's gut man sollte gegen mich nicht Starkwacht spielen wenn man sowieso keine Ahnung von einem Spiel hat und es noch nie gespielt hat außer natürlich man will mir einfach einen Sieg schenken was glaube ich im Interesse von Wechseln in dem Fall war wenn man sonst mich sowieso jedem Spiel einfach mal fertig macht okay den meisten und ich könnte mir vorstellen dass es damit eben zusammenhängt aber nur gut trotzdem er hat gut gespielt guter Mann ja macht er jut gut auf der rechten Seite habt ihr mal oben das letzte Let's Battle gegen Mängelstern in Mario Kart 8 und ein Let's Play zu Batman Arkham 9 das diese Woche gestartet ist und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Let's Battle unten in der Videobeschreibung habt ihr den Link wenn euch auch nochmal bewerben wollt für ein Let's Battle Zeit finden muss das irgendwie auf die Reihe zu kriegen aber kriegen wir hin ne gut bis nächste Woche